Hallo, guten Tag, ich begrüße Sie zu dieser, ich nenne es Podcast, ein vergangenes Hörspiel wurde von mir als Podcast bezeichnet und Podcast klingt einfach auch viel moderner und fresher. Also herzlich willkommen zu diesem Podcast hier, kurze improvisierte Einleitung. Ich werde jetzt gleich einen Telegram-Dialog vorlesen, ja, vielleicht dann, ja, bleiben wir mal dabei. Es wird ein Telegram-Dialog sein, den habe ich selbst geschrieben, das ist kein echter Telegram-Dialog, es ist ein fingierter Telegram-Dialog. Fingiert klingt einfach sehr intelligent, deswegen heißt er fingierter Telegram-Dialog und es klingt nicht nur intelligent, es ist ja auch die Wahrheit, er ist ja vorgetäuscht, es ist kein echter Dialog, den habe ich mir aus den Fingern gesogen, selbst ausgedacht. Das Thema ist Nachhaltigkeit durch Einsicht und Verständnis von als sinnvoll erachteten Regeln und Gesetzen und daraus folgend richtigem Handeln aus innerer Überzeugung. Klingt kompliziert, aber lass uns einfach nochmal anhören in Ruhe und jetzt geht es einfach mal los. Acht Seiten Word. Ich bin Sokrates. Okay, logisch. Dann bin ich Pumuckel. Lass uns reden. Stell dir vor, du bist Lehrer. Ja. Und dann ist einer in der Klasse, der sich nicht an Regeln hält, die Füße auf den Tisch legt oder zum Beispiel eine Wasserflasche auf jemand anders wirft. Okay. Wie würdest du jetzt reagieren? Eine Möglichkeit wäre, ihn mit seiner eigenen Wasserflasche vor der Klasse nass zu machen, ihn möglicherweise so zu erschrecken oder zu demütigen. Eine Art Strafe, würde ich sagen, dass er in Zukunft das Verhalten nicht mehr wiederholt. Ich persönlich habe gerade keine Antwort auf deine Frage, was ich an der Stelle tun würde, aber ich habe einen Haufen eigene Fragen. Du sprachst von Regeln. An Regeln halten oder Regeln brechen. Die zwei Möglichkeiten gibt es. An Regeln halten oder Regeln brechen. Ja, auch Erwachsene legen manchmal die Füße auf den Tisch. Ich glaube, sogar manche Lehrer tun das, weil sie das in ihrer Position dürfen. Meine erste Frage wäre, die nach der Sinnhaftigkeit von Regeln. Wie lassen sich die Regeln begründen? Man macht das einfach nicht, hört man oft als Begründung. Ist das aber eine verständliche Begründung? Man macht das einfach nicht, man hat das immer schon so gemacht. Absurden Regeln sollte man sich doch zum Beispiel nicht unterwerfen, nur weil diese durch Macht durchgesetzt werden. Wer hat die Regeln überhaupt beschlossen? Und sind alle mit den Regeln einverstanden? Wurden alle mit einbezogen? Wer profitiert von den Regeln? Wer profitiert von der Ordnung? Und wem schaden die gesetzten Regeln und die Ordnung? Wem dient sie und wem schadet sie? Außerdem frage ich mich, warum der eine Schüler sich verhält, wie er verhält. Ich glaube an die Macht der Fragen, dass diese einen zur Erkenntnis und Einsicht führen können. Wie in deinem Dialog, Sokrates, mit dem Sklaven über Flächenberechnung, wo der Sklave sich durch die Fragen an sein Wissen wiedererinnert und du ihm aber ja nicht vorsagst, was er tun soll und was nicht. Ja, ich erinnere mich an den Dialog. Aber vergiss nicht, dass ich in Wirklichkeit gar nicht Sokrates bin, sondern ich versuche ihn nur nachzuspielen, lieber Pumuckl. Ja, ich verstehe. Warum man die Füße nicht auf dem Tisch legen sollte, das bleibt mir selbst schwer zu begründen. Denn man könnte die Tische schließlich genauso reinigen wie den Fußboden. Es wäre gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Und man sollte die Menschen nicht dazu zwingen, die Füße auf den Tisch zu tun. Aber wenn jemand es als Ausnahme wollte, dürfte, mit vielleicht Unterlage, kann man es aushalten, diese Andersartigkeit. Vielleicht könnte man aber auch eine Alternative finden, wo er die Füße hin tun kann. Aber hier kann es nicht auch sein, dass der Schüler eigentlich gar nicht wirklich die Füße auf den Tisch legen mag und er es nur tut, um Regeln zu brechen und zu provozieren. Es gibt doch tatsächlich schließlich wirklich Menschen, die mehr Aufmerksamkeit benötigen als andere. Könnte das nicht ein Zeichen sein, dass sie möglicherweise zu Hause oder sonst wo zu wenig zugehört wird und er sich zu Unrecht bestraft fühlt? Aber er fühlt sich vielleicht nicht richtig gesehen. Es könnte ein Schrei nach Aufmerksamkeit sein, sich Geltung zu verschaffen, weil er sich sonst zu wenig beachtet fühlt oder an seinen Bedürfnissen vorbeigehandelt wird. Ja, das alles kann gut möglich sein und ich finde es interessant, was du sagst. Dass der Schüler sich irgendwie nicht gesehen fühlt und das irgendwie kompensiert, die fehlende Achtung, Wertschätzung und Anerkennung, das passt schon ganz gut zu dem Verhalten. Das würde auch zu der geworfenen Flasche passen. Er fühlt sich in seinen eigenen Grenzen nicht richtig wahrgenommen und darum respektiert er auch die Grenzen anderer nicht. Denn ich glaube kaum, dass die anderen es gewünscht haben, von einer Flasche abgeworfen zu werden. Also da wäre eine Grenzüberschreitung der anderen. Grenzen ist ein spannendes Thema für sich generell. Wer sagt einem, wo die eigenen Grenzen sind? Hat man die eigenen Grenzen vielleicht verlernt? Wenn man früh lernt, sich alles gefallen lassen zu müssen, verlernt man vielleicht auch seine eigenen Grenzen. Ein zensiertes I-Wort kennt keinen Schmerz. Das normalisiert, dass es okay ist, einem Schmerz vielleicht auch zuzufügen, weil ein zensiertes I-Wort kennt ja keinen Schmerz. Schwarze Pädagogik, Stichwort vielleicht auch. Du erinnerst mich da an Manipulation durch Erziehung, aber auch an den Ausdruck strukturelle Gewalt. Oft ist die Erziehung ja in der Hinsicht problematisch, weil sie Kinder abhängig macht, von äußeren Mächten und die Kinder zu Gehorsam erzogen werden. Du bist nur gut und lieb, wenn du das tust, was ich dir sage, ist das Credo. Diese Erziehung. Die Manipulation in solcher Erziehung ist dann diese, die den Willen des Kindes mit Worten, Befehlen einwickelt und der Wille des Kindes eigentlich dem Willen des Erziehenden entspricht. Zum Beispiel könnte aus Eltern-Erziehenden-Perspektive kommen, du sollst schlafen gehen. Ich will, dass du schlafen gehst. Du willst doch eigentlich auch schlafen gehen. Das heißt, der eigene Wille wird dem anderen rein manipuliert. Als wäre es dein eigener Wille, obwohl es... Eigentlich willst du doch auch schlafen gehen. Eigentlich willst du doch auch schlafen gehen. Da wird praktisch dann der eigene Wille zum Willen des Anderen aufgedrückt. Ja, Stichwort Narzissmus-Manipulation. Solche unfreie, autoritäre Erziehung, die Kinder zu Gehorsam und Bravheit mit Strafe und Belohnung erzieht, ist sehr wahrscheinlich verantwortlich für unsere herrschende Sklavenmoral und Untertan-Mentalität. Menschen haben oft keinen eigenen Willen, lassen sich leicht fügen, unterordnen, kein eigenes Selbst und identifizieren sich mit den Eltern, nach den Eltern, mit anderen äußeren Mächten, um gut, lieb, brav zu sein. Wird das hier jetzt eigentlich zu philosophisch? Wird es zu philosophisch? Ich denke nicht. Gut, weiter im Text. Es geht um Grenzen. Da hat unsere Gesellschaft generell gewaltige Probleme mit Grenzen. Grenzen bedeuten, nicht nur die Grenzen anderer zu respektieren, sondern auch die eigenen zu wahren. Die Fragen dazu sind unter anderem, wo liegen die eigenen Grenzen? Wollen die eigenen Grenzen vielleicht manipuliert? Was einem von außen eingetrichtert wurde? Was man alles tapfer wie ein zensiertes I-Wort ertragen sollte? Viele Menschen befinden sich im Status des Kamels von Nietzsches drei Verwandlungen. Lieber Ja und I-A sagen, anstatt Nein zu sagen. Öfter Nein zu sagen und einen Grenzen der Individualität verteidigen, das ist ja dann die nächste Stufe nach dem Kamel der Löwe. Nein. Und das Kind als dritte höchste Stufe sagt nicht nur Nein, sondern Ja. Ja, das, ich will, ich kämpfe für meinen Willen, für meine Wahrnehmung, für meine Grenzen. Das ist dann ja, ja, nach Ja kommt das Nein und dann kommt, ich will eigentlich das. Und dafür dann zu kämpfen, sich stark zu machen. Schließlich wollen wir doch nicht in einer gleichgeschalteten, faschistischen Gesellschaft leben, wo Anti-Individualismus ein Kennzeichen von ist. Oder doch, klar, es hat natürlich auch viele Vorteile, wenn alle ihr selbst verraten haben, es keine Reibereien mehr gibt, alle gleich sind, alle Ansichten gleich sind, weil einem alles aufgezwungen wurde. Aber ich meine stark, dass Individualität nicht das Problem ist und die Unterschiede eine Bereicherung sind. Man kann voneinander lernen, es ist interessant, dass andere andere Ansichten haben. Gerade das ist ja das Spannende, dass andere eine andere Wahrnehmung haben, andere Erfahrungen gemacht haben. Das ist dann eben nicht Egoismus, wenn Leute viel von sich erzählen, das ist einfach, ja, bereichernd. Man muss nur früh lernen, respektvoll zu streiten und mit Anderseinlichkeit umzugehen. Trotz aller Unterschiede sollten gemeinsame Grundwerte wie Respekt und wertschätzender Umgang für ein Miteinander ausreichen. Neue Fragen sind, wie lassen sich Grenzen nachvollziehbar begründen und wie lassen sich Regeln nachvollziehbar begründen? Regeln und Grenzen hängen ja zusammen. Regeln begrenzen Freiheit. Kommen wir nochmal zurück zu dem Schüler und seinem Verhalten. Ist das Prinzip nicht einfach Befehl, Gehorsam und Strafe, Drogen, Belohnung? Das Kind tut etwas und von außen Mächtige wie Eltern oder Lehrer meinen, dass das falsch wäre und wollen das Verhalten ändern, indem sie einfach sagen, lass das, das ist falsch. Und hier, das hast du jetzt als Strafe zur Lektion. Aber fehlt dabei nicht etwas Entscheidendes? Ja, da fehlt aus meiner philosophischen Perspektive etwas Entscheidendes. Wenn ich mir vorstelle, dass ein Kind in die Steckdose fassen will und ich es dann dafür bestrafe, dann wird das Kind vielleicht psychologisch konditioniert werden und die Steckdose mit der Strafe verknüpfen und in Zukunft da nicht mehr rangehen. Es sei denn, es ist sehr resilient, hat eine starke psychische Wiederstandsfestigkeit und ist immun gegen solche negative Strafen. Ja, genau. Ähnliches Beispiel. Ich meine, wenn man Frauen anspricht und eine Abfuhr bekommt, ist das ja auch sozusagen eine psychische Bestrafung oder wenn man Absagen bei Bewerbungen bekommt. Auch diese Negativitäten können ja wie Strafen einem, ja, die Zukunft, also das Verhalten ja zerstören. Also können ja auch einen im Verhalten ändern. Also negative Erlebnisse. Strafen sind ja auch negative Erlebnisse. Kannst du mir noch folgen? Ich schon hoffe mir, dass die Lesenden oder Zuhörenden das Ganze hier auch psychisch bewältigt bekommen. Also nochmal zur Steckdose. Das Ding war doch jetzt, dass man mit Belohnung und Strafe sehr fein Verhalten ändern kann. Auch mit Schulnoten kann ich Menschen in Schule und beim Studieren zum Lernen motivieren. Aber das ist alles nur extrinsische Motivation. Ja, weder die alte Leier mit extrinsischer und intrinsischer Motivation hat man sicher schon zigmal gehört. Aber es ist eben so, dass dann nicht aus eigenem Antrieb und aus eigener Überzeugung, also mit intrinsischer Motivation etwas getan und gelernt wird, sondern öfter nur fürs Außen, für Noten, äußere Bewertung, Fremdbestimmung auch. Und dabei kann der Spaß auch noch am Lernen verloren gehen und durch Prüfungsstress, aufgezwungene Themen usw. ersetzt werden, wobei man sich fragt, warum man den ganzen Scheiß eigentlich lernen soll. Nur weil eine Autorität das jetzt für einen bestimmt. Das kann frustrierend sein und man kann sich verarscht und in seinen Bedürfnissen ignoriert fühlen, wenn einem nicht der Sinn erklärt wird, wenn einem der Sinn nicht klar wird oder eigene Fragen einfach ignoriert werden. Das Bildungssystem wurde für strukturelle Gewalt, fehlenden Sinn, das Zwanghafte festgehalten werden, ja schon öfter von Menschen und unter anderem Befürwortern von freiem Lernen wie Gerald Hüther oder Arno Stern kritisiert. Also das Problem ist die fehlende Einsicht und Überzeugung. Lerne ich aus Überzeugung oder für Noten? Werfe ich die Wasserflasche nicht, weil ich sonst bloßgestellt oder bestraft werde und ich einfach nicht nass werden will? Oder werfe ich die Flasche nicht, weil ich jemanden verletzen könnte und die körperliche Unversehrtheit andererhalb damit berühre? Das wäre dann ja aus eigener Überzeugung. Ich werfe die Flasche nicht, weil ich nicht möchte, dass es jemanden stört oder verletzt und wo man hätte anderes eigentlich verdient, abgeworfen zu werden. Ja, ich habe eine Lösung. Statt sich sozusagen am Kind zu rächen, ja nass machen, könnte man vielleicht generell über Gerechtigkeit und Grenzen diskutieren. Der Bildungsforscher Hartmut von Hentig, der ist zwar umstritten, aber hat echt gute Gedanken zur Bildung aufgeschrieben, hat unter anderem über Bauerntiere spontan etwas im Unterricht gemacht, weil ein Schüler zu spät kam, weil er noch irgendwie auf dem Bauernhof mitgeholfen hatte. Anstatt radikal zu ermahnen, nur weil das Gesetz der Pünktlichkeit verstoßen wurde, finde ich gut, dass er nach den Gründen gefragt hat, der Verspätung, und differenziert hat und das dann zum Anlass genommen hat, etwas in den Unterricht einzubauen. Man könnte allgemein über Regeln und Gesetze sprechen, wer diese gerechterweise machen sollte. Wem nützen sie die Gesetze und wem schaden sie? Und wann darf man Ausnahmen machen? Oder wann sollte man sogar Ausnahmen machen? Und gegen Gesetze verstoßen, ungehorsam sein. Wichtig wäre doch, wie mit der Steckdose, dass eine Einsicht, ein Verständnis zustande kommt, wodurch das Kind versteht, warum es denn eigentlich falsch ist, um in Zukunft sich aus eigener Überzeugung richtig zu verhalten. Das kann mit Fragen und Erklärungen klappen, die zu Verständnis führen können. Verständnis des Verhaltens. Ja, aber man könnte auch dem bösen Kind erstmal entgegenkommen. Also vielleicht war der kleine Täter vorher selbst nur Opfer. Es war ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Wo kommt das her? Im Vertrauensverhältnis, ist verständnisvoll, nicht als Gegner des Bösen, sondern als Freund des Bösen positioniert, lässt sich wahrscheinlich besser einwirken. Statt einzelne Verhalten zu bestrafen, wäre es wichtig, abstrakt zu gucken. Um was geht es hier eigentlich übergeordnet? Es geht doch um Grenzen, Regeln, Gesetze, Ordnung. Wer bestimmt diese und wie lässt sie sich legitimieren? Könnte man sagen. Zweites Thema. Kritisieren, Urteilen, Richten. Nun hattest du oben ja auch Kritik am Schulsystem angeschnitten. Darf man sich das Recht herausnehmen und etwas kritisieren, wovon man keine Ahnung hat, weil wir keine Lehrer oder Bildungsforscher sind? Wir stecken da ja nicht drin. Da muss ich sofort sagen, natürlich dürfen wir das. Es kommt den Betroffenheitsdiskussionen ziemlich nahe, wenn du das Recht absprechen möchtest. Ob man als Nichtbetroffener zum Beispiel einer psychiatrischen Diagnose über solche Dinge reden darf. Darf ich ohne Narzissmusdiagnose über Narzissmus reden und überlegen, was Narzissmus eigentlich ist? Darf ich darüber als Unbetroffener nachdenken, wie man diese psychische Andersartigkeit behandeln könnte? Ich denke schon, na klar. Ich denke, die Absicht ist ja wie oft entscheidend. Willig geht es mir darum, andere verstehen zu wollen, zu verbessern oder andere abzuwerten und persönlich als Idioten hinzustellen. Außerdem kann man ja Opfer von Narzissen gewesen sein oder vom Bildungssystem. Dann war man also indirekt davon betroffen, weil man selbst unter deren Einfluss stand. Und aus dieser Rolle darf man diese äußeren Mächte, auch die Politik, Regierung, die Einfluss auf einen haben, natürlich kritisieren. Stell dir vor, einem Sklaven würde gesagt werden, dass er gegen seinen Herren nicht rebellieren dürfte, weil der Sklave wüsste ja gar nicht, was er eigentlich für ein Privileg hätte und was sein Herr für eine anstrengende Aufgabe hätte, den Sklaven für die Arbeit am Leben zu erhalten. Also es ist doch absurd. Man kann aber auch alles hin und her drehen. Das ist das Vertragte. Es gibt Argumente für und gegen Freiheit. Zurück zum Bewerten. Jeder darf alles und jeden kritisieren und jeder darf über alles Mögliche urteilen und alles Mögliche bewerten, solange es respektvoll und wohlwollend ist. Kritik heißt eigentlich nicht Beleidigung. Kritik kann als Ideal einfach ein Verbesserungsvorschlag sein, den man annehmen kann, aber nicht annehmen muss. Verbesserungsvorschläge sollten nämlich natürlich gegengeprüft werden, ob diese denn für einen überhaupt auch verständlich sind. Jemanden Kritikunfähigkeit zu nennen, nur weil jemand nicht das tut, was man ihm sagt, das ist falsch. Weil das Blinde befolgen zu angeblich besserem Verhalten, das ist nur Gehorsam, wenn es ohne Sinn und Verständnis, Verstand geschieht. Aber macht man sich nicht angreifbar, wenn man kritisiert und bewertet? Wer richtet, wird gerichtet. Ja, schon klar. Solange wir wirklich Individuen sind, mit eigener Persönlichkeit, mit Ecken und Kanten, mit unterschiedlicher Wahrnehmung, gibt es naturgemäß immer Reibung, Konflikt, Streit und Gegenkritik. Aber das ist an sich doch kein Problem. Das Wie ist doch wie so oft entscheidend, wie man miteinander spricht, wie man Kritik äußert, wie man streitet. Menschen irgendetwas unterstellen, vorwerfen oder beleidigen, ohne sich mit ihren Inhalten auseinanderzusetzen, wie es heute oft passiert, ist keine konstruktive Gesprächskultur. Du hast ja neulich Albert Einstein demütig genannt und das auch begründet. Das hätte ich aber nicht gemacht, weil du dich damit angreifbar machst, weil es andere ja anders sehen könnten. Andere sehen Albert Einstein nicht demütig. Ja, es ist ja auch klar, allein wenn ich meine Meinung überhaupt ausdrücke, laufe ich naturgemäß Gefahr, immer angegriffen zu werden. Solange man gesehen wird, irgendwo was sagt oder irgendwo in der WhatsApp-Gruppe irgendwo sich zeigt, riskiert man immer komische Blicke oder irgendwas. das ist, aber warum angegriffen fühlen, angegriffen werden? Man muss einen für unterschiedliche Meinungen ja nicht verbal attackieren und beleidigen. Man könnte stattdessen auch erst einmal versuchen zu verstehen, hä, warum sieht er eigentlich so aus? Warum hat er diese Frisur geschnitten? Wie ist er denn zu seiner Meinung eigentlich gekommen? So wie sich heute verbal oft zerfleischt wird, muss und sollte Gesprächskultur nicht sein. Halten wir fest. Jeder darf kritisieren, urteilen, richten und bewerten. Das Wie ist entscheidend und das Ziel, das Motiv. Noch etwas? Ja, Urteilen und Richten sollten möglichst gerecht sein. Sind nicht ungerechte Verurteilungen das Problem, was spricht gegen richtige und gerechte Urteile? Wenn ich einen Baum analysiere, auf seine Wesensmerkmale hin und dann zum Urteil komme, dass es sich um ein Auto handelt, ist es ein falsches Urteil. Ein brenzligeres Beispiel. Ich kann gegen die AfD als Partei generell alles Mögliche an Abneigung haben, aber einen, der nicht rechtsextrem ist, einfach rechtsextrem zu nennen, ist eine Verkennung. Wie wenn man den Baum als Auto beurteilt. Es gibt klare Definitionsgrenzen. Heute auch von Begriffen. Heute werden oft falsche Begriffe benutzt und durch leichtfertige Benutzung abgenutzt. Mich als Mann in die Schublade der Männer zu stecken, das halte ich für gerecht und vollkommen fein. Als Etikett Mann hat man mir dann richtigerweise gegeben. Schubladen, Etiketten, Kategorien sind auch nicht das Problem, wenn man genau hinguckt, wen man wo einsortiert. Es spricht auch nichts dagegen, eine Socke in die Sockenschublade und eine Tasse in den Schrank zu den Tassen zu stellen. Langeweile vielleicht.